Mein Glücksmoment war letztes Jahr, wie wir im September, weil mein Bruder Geburtstag gehabt haben, haben auch zwei Katzen gekriegt. Uns hat das voll gefreut, aber als Erster haben sie sich nicht aus dem Korb außertraut, weil es nur so neu für sie war. Sie sind dann von selber schon rausgekommen nach ein paar Minuten und dann haben sie sich alles angeschaut. Die anderen Kinder zum Beispiel, die nicht so gerne mögen, auch mit ihrem Spielen, dass alle glücklich sind. Also der schönste Platz von mir, da fahre ich manchmal mit meinem Bruder oder mit meiner Freundin hin. Der ist im Wald, neben der Kirche und da kann man so schön auf die Salze hochschauen, weil da so viel frische Luft ist und die Sonne scheint immer so schön. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020